Willkommen zu einem weiteren Alphapack Opening für Rainbow Six Siege Diesmal live auf Twitch sieht man oben rechts an der On-Air Anzeige Aber ja, wir öffnen mal das erste Pack, ich habe neun Stück an der Zahl Ich will jetzt nicht nochmal erklären warum Kleines BlackEyes oder Chibi wäre schön Oh, es fängt sogar schon mit lauern Oh, naja, ja, geil Universal Skin, okay Das ist ganz nice Also, der Skin sieht, ja, sieht eigentlich nicht schlecht aus, oder? Ja, ihr könnt mal im Chat sagen, wie ihr es findet, so eure Meinung Wie ihr es findet Aber es ist mein erster Universal Skin, das muss ich sagen Also, ich hatte davor noch nie einen Außer jeden Fall ein Skin Na gut, machen wir gleich weiter Habe ich jetzt ein Skin für Waffen, wo ich halt keinen habe Zum Beispiel bei AK-12 von Fuse Oh, schon wieder blau Blau Und Smoked Chibi, jawoll Ich lese gerade im Chat Person zum ersten Mal darstellt, aber nur Scheiße Geil Aber in der Smoked Chibi, alter, geil Ich finde Chibi ist richtig süß Ich finde den voll geil Aber, ja, also ich finde Universal Skin An sich ist halt geil zu haben Hä, aber Smoked Chibi ist richtig krass Komm Welche Chibis habe ich denn jetzt Ich habe mir die Chibi als echte Figuren gekauft Für Montagne und Tachankas Aber die Chibis habe ich Habe ich mein Valkyrie Chibi Den Twitch Elite Chibi Smoked Chibi Und Valkyrie Chibi Nice Nice, nice, nice Komm, jetzt noch was episches Ach, das ist kacke Oh, was ist das für das Skin? Ne, da habe ich schon mal einen Union Jack Skin Der ist cooler Der hier ist kacke Den Skin habe ich auf dem SMG drauf Das ist wieder kacke Ey, Red Crow, Kopfverdeckung Äh, für Für Doc Doc stinkt Doc stinkt nicht Ich habe Black Ice für ihn, aber Seine Kopfverdeckung stinkt Man, das Das Glück verlässt mich jetzt Komm, einmal Gold Scheiße Ey, das kann nicht wahr sein Ich habe schon Ich habe noch eine gute Kopfverdeckung Für Valkyrie Die sieht voll witzig aus So Weiter Ey Das Glück verlässt mich Für je Ey, warum kriege ich Du Kopfverdeckung jetzt Und die sehen alle kacke aus Wirklich Jeder einzelne sieht kacke aus Wird auch sogar Im Chat die ganze Zeit geschrieben Noch schlechter, noch schlechter Dies, das Ananas Bitte Ist doch nicht euer verfickter Ernst Ich kriege einfach jetzt jede Runde Also jedes Alpha Pack Einfach mal Dein Kopfverdeckung Ernsthaft Ey, schuf Okay Okay Ich muss positiv sehen Ich habe keine Skin für die Waffe Aber ich spiele auch die Waffen nicht Ey, habe ich überhaupt noch Alpha Packs Oh, es ist wieder blau Geht doch Komm, noch ein Chibi Komm, komm Gib mal her Jawohl Firma Chibi, Alter Karma Hat sich ausgezahlt So viel Kack-Kopfverdeckung bekommen Dann gibt es noch ein Firma Chibi Alter, richtig geil Weil Firma ist das ja So eigentlich mein Mein Main aktuell Also es ist halt langsam so ein bisschen mein Main geworden Aber das ist schon ganz nice Also Neun Alpha Packs Zwei gute Drei gute Der Universal Skins ist auch ganz geil Zum Beispiel hier Ich habe Fuse-Kind-Skin Mach ich hier Zack Ich weiß nicht, warum alle jetzt das so negativ sehen Ich habe zwar viele Kack-Kopfverdeckung bekommen Okay, ich habe auch kein Black Ice bekommen Aber trotzdem Cool, hier Ein geiler Unverser-Skin habe ich bekommen Zwei Chibis Alter, ich liebe Chibis Chibis Das Beste, was man haben kann Naja, das war es denn jetzt Schönen Abend noch an alle Das war es mit diesem Kleinen Alpha Päckchen Opening Schönen Abend noch an alle Schönen Tag, was auch immer Bis dann Tschüss Es geht um Es geht um Ich bin Ich ich bin